Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit BMZ Nummer 510 und den Themen Kriegerhaltungen, Multiboxen und 8 Fragen. Hi Onkel, also ich spiele seit Classic, aber seit BC meinen Liebling und das ist Krieger. Er hatte immer Up und Downs, bin aber immer treu geblieben, außer wegen Raid, da habe ich oft auf Heal umgespeckt. Als Krieger, Respekt. Und das, achso, auf Priester oder Duru. Heal liegt mir besser, aber mit meinem Krieger habe ich mehr Fun. Jetzt zu meiner Frage, warum hat Blizzard die Berserker-Haltung bzw. die Haltung vom Krieger allgemein herausgenommen? Ich vermisse sie sehr, weil sie den Krieger charakterisiert hat, wie seine einzigartige Wut. Das ist eine gute Frage. Aus meiner sehr begrenzten Erfahrung mit dem Krieger in den Jahren, bevor die Haltungen entfernt wurden, war, dass es aus meiner Sicht fast immer so war, dass man eine Haltung dauerhaft gewählt hat. Und wenn überhaupt gewechselt, dann oft irgendwie in Form von einem Makro oder so. Also im Prinzip war es so, du wolltest einen Spell aus einer anderen Haltung haben, weil er vielleicht auch in deiner Haltung gar nicht ging. Und im Prinzip war es nicht viel mehr, als einen GCD zu nutzen. Ich weiß gar nicht mehr, lagen die überhaupt auf dem GCD? Aber auf jeden Fall einen Knopf mehr zu drücken, bevor du dann den Spell ausführen konntest. Und aus meiner Sicht haben die nicht wirklich viele unglaublich interessante oder einzigartige Elemente gehabt. Und ich bin gerade am überlegen, weil es etwas sehr ähnliches, zumindest intern wird es ähnlich gehandelt, auch von den Namen her, Makros her und so weiter. Das sind die Stances vom Druiden. Und die sind noch drin, aber die Stances vom Druiden geben einem dann doch einen komplett anderen Toolkit. Also ob ich jetzt Bär bin oder Heiler bin oder Eule spiele oder so oder Heiler, nee nicht Heiler, Katze. Das ist doch jeweils schon ein sehr, sehr großer Unterschied in der Spielweise. Also da ändert sich ja die komplette Actionbar und so weiter und so fort. Und soweit ich das in Erinnerung habe, war das bei dem Krieger meistens nicht der Fall. Im PvP, glaube ich, habe ich noch relativ viel Nutzung von verschiedenen Stances gesehen. Das heißt viel, alle paar Minuten mal ein Wechsel oder so. Und im Prinzip oft dann ein Wechsel, je nachdem ob man gefokust wurde oder nicht. Wobei ich gerade nicht weiß, wie es mit Berserker Rage war. Aber ich glaube einfach, dass sich Blizzard gedacht hat, die haben spielerisch nicht den Wert, dass sie gerechtfertigt wären. Und ich weiß gar nicht, was im Moment die aktuelle Variante ist, ob die in irgendeiner Form drin waren. Ich glaube, diese Defensivhaltung war, ist die noch drin? Ist die jetzt ein Cooldown? Ist die ein Toggle? Ich weiß es gar nicht so genau. Aber das wäre so meine Haupterklärung dafür. Ich persönlich, als ich Krieger gespielt habe und der die noch hatte, da habe ich im PvP, wann war das so, Season 3 oder so? Noch in BC auf jeden Fall. Keinen großartigen Spaßfaktor aus diesen Haltungen entwickeln können. Also ich glaube, es war ja auch irgendwie so, dass je nachdem, ob du chargen wolltest oder nicht. Damals war das ja noch alles was unterschiedliches. Charge, intervene und intercept oder so. Und die ging nicht jeder in jeder Haltung. Und der eine nur in Combat, der andere nicht und so weiter und so fort. Das hat sich eher sehr unhandlich und unrund angefühlt, aus meiner Sicht, zum Spielen. Es sei denn in der Variante halt, dass du sowieso für eine bestimmte Situation dieselbe Haltung drin hattest. Wie zum Beispiel, glaube ich, als Tank üblicherweise die Defensivhaltung, ich glaube, mit einer Ausnahme war das für die Berserkerhaltung beim Bossen, die geviert haben. Aber das war noch ein Classic. Da sah das sowieso alles noch anders aus. Also zusammengefasst, ich schätze, die Hauptbegründung wird sein, dass es wenig spielerisch interessante Elemente gegeben hat, sondern eher etwas, was im Zweifelsfall eher ein bisschen hinderlich und unhandlich war. Denke ich mir mal so. Weiß ich nicht. Vielleicht hat Blizzard auch an irgendeiner Stelle mal was dazu gesagt. Hallo Onkel, meine Frage. Wie stehst du zum Thema Multiboxen? Ist es in deinen Augen nur toleriert seitens Blizzard oder gehört da stärker eingeschränkt, schrägstrich verboten? Ich höre wiederholt von irgendwelchen Hates gegenüber dieser Community, teilweise aus völliger Unwissenheit dieser Thematik. Beispielsweise Mimimi, der hat fünf Chars, also hat er auch die fünffache Menge an Kräutern und man vergisst, dass man auch fünf Accounts unterhalten darf. Das habe ich lange Zeit auch so gesehen. Du hast fünf Charaktere, aber du musst ja auch fünfmal so viel für die Accounts ausgeben. Aber wenn du ein Stück Schritt weiter denkst, geht das ja nicht ganz auf. Also gesetzt dem Fall, dass du wirklich viel farmen wollen würdest. Denn sobald du genügend gefarmt hast, um diese Accounts zu bezahlen, hast du ja immer noch die fünffachen Einnahmen, aber nicht die fünffachen Ausgaben. Es sei denn natürlich, du willst fünf Charaktere irgendwie auf dem gleichen Level halten und Raidest mit fünf Charakteren, die fünfmal Comics Consumables benutzen und so. Was ich aber glaube, eher die Ausnahme ist. Also das ist immer noch ein valides Argument, gerade wenn es sich um viele Charaktere handelt, die Farmcharaktere sind. Und ein Teil dessen, was man so machen kann und muss schrägstrich, um seine Charaktere zu equippen, kann man ja auch mit allen gleichzeitig machen. Die Worldquests zum Beispiel dauern ja nicht fünfmal länger, weil man fünf Charaktere hat. Ganz im Gegenteil. Die sind, glaube ich, bedeutend kürzer, je nachdem, was es für eine Worldquest ist, weil man halt deutlich mehr Damage hat. Und die meisten Dinge halt geteilt werden unter den Charakteren. Des Weiteren meinen viele, Multiboxen im PvP wäre voll OP. Dabei geht dort nicht mal der Follow-Befehl. Open World ist etwas anderes, aber dort geht hier auch der War-Mode off. Lieben Gruß und danke. Habe ich nicht viel Erfahrung mitgemacht. Also eine Zeit lang war es, glaube ich, definitiv so, dass man die Möglichkeit hatte, wenn man mehrere Charaktere gemultiboxed hat, doch schon einen ganz schönen Vorteil gegenüber anderen Charakteren haben konnte. Gerade wenn die dann vielleicht noch Ingenieure waren zu dem Zeitpunkt in Legion, als es diese Rakete gab, die einmal einen starken Hit gemacht hat für viel Damage und dann vielleicht noch irgendein Instant-Spell, der viel Damage macht. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es relativ viele Klassen gab, die man zumindest in der Theorie relativ gut hätte One-Shotten oder zumindest Two-Shotten können, die sich nicht viel dagegen wehren können. Also mich hebt es insofern nicht besonders an, als dass ich das jetzt nicht als eine sehr, sehr große Geschichte wahrnehme im Sinne von, ich sehe jetzt nicht so eine Inflation von Leuten, die Multiboxer sind, so nach dem Motto, dass du quasi nicht mehr spielen kannst, weil alle anderen um dich herum Multiboxer sind. Von daher ist der Einfluss, den es tatsächlich hat, vermutlich nicht so riesengroß, auf den meisten Servern zumindest. Das ist ja dann manchmal so, dass es so Multiboxer gibt, gerade die, die dann noch mehr als fünf Charaktere steuern, die auf bestimmten Servern schon berühmt berüchtigt sind. Von daher finde ich, da ist, glaube ich, keinen gigantisch großen Einfluss auf die restliche Spielerschaft hat. Finde ich es nicht so schlimm. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, aber nur dadurch, dass es mehr Leute machten, wird es ja eigentlich auf persönlicher Ebene nicht schlechter oder besser. Das wird für alle anderen dann schlechter oder besser, wenn es extrem viele sind. Aber wenn man es grundsätzlich nicht in Ordnung findet, dann sollte das ja nicht der Maßstab sein. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also ich verstehe schon, warum man sagt, das ist nicht ganz fair. Ich verstehe aber auch, dass es Multiboxer gibt, die sagen, so wie ich spiele, mache ich das in erster Linie, damit ich Spaß haben kann und füge anderen ja keinen unfairen Schaden zu. Und, naja, Blizzard hat es erlaubt und hält es für legitim. Und von daher können wir da im Moment so oder so nicht so besonders viel gegen machen. Also ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, das macht mir einfach Spaß und keine Ahnung, ich habe auch Spaß daran, irgendwie Dungeons quasi zu soloen in meiner Fünf-Mann-Gruppe oder irgendwas anderes, ein bisschen Anspruchvolleres als Farmen zumindest zu machen. Und ich kann auch verstehen, dass es Leute gibt, die vielleicht in der Situation Multibox-Term gegenüberstehen und sich benachteiligt fühlen und sich halt fragen, ob das denn sein muss oder ob das denn so sein sollte. Acht Fragen. Marvel oder DC? Weder noch. Ich habe mit beidem irgendwie, ich weiß noch nicht mal was, wozu haben wir die nicht schon mal gehabt, die Frage? Ich habe mit beidem nicht wirklich nicht wirklich was am Hut. CD oder Download-Stream? Da ist die Frage einfach. Da ist es für mich irgendwie immer Download oder Stream. Ich weiß gar nicht, wie es heute bei CDs ist, bei Spielen, die man sich so auf CD kauft. Die muss man auch fast immer in irgendeinem Account registrieren oder so. Weil eine Diskussion, die man immer mit Leuten haben kann, ist darüber, ob man das für legitim hält, dass die sämtlichen Spielebibliotheken, die man besitzt, eigentlich keine Spiele mehr sind, die man besitzt, weil man sie nicht mehr besitzt, sondern man hat das eingeschränkte, temporäre Nutzungsrecht. Bei Steam zum Beispiel, bei World of Warcraft und so weiter und so fort. Und mit allem, was dazugehört, dass je nachdem, was die Anbieter in die Nutzungsbedingungen schreiben, sie einem ja auch das Recht entziehen können, bestimmte Spiele, also im Prinzip das Spiel wieder abnehmen können. Und das ändert sich aber, glaube ich, auch heutzutage bei CDs nicht mehr, oder? Ich habe mir so lange keine mehr gekauft und so lange keine mehr bekommen oder DVDs oder was auch immer, dass ich es wirklich nicht weiß. Das ist die einzige Entwicklung, die ich so ein bisschen problematisch finde, weil ich eher ein großer Freund davon bin zu sagen, wenn ich Geld für etwas bezahle, dann bei Spielen zum Beispiel, dann würde ich das ganz gerne besitzen. Genau, wie ich ein Buch, wenn ich es kaufe, ganz gerne besitze und behalte oder Musik ganz gerne besitze und behalte und eben nicht das Risiko habe, dass aus irgendeinem Grund, und sei es nur, weil der Service eingestellt wird oder so, es dann heißt, ja, schade, hast du jetzt nicht mehr, auch wenn du dafür was bezahlt hast. Serie, hier und da mal eine Folge oder Binge-Watch? Bei mir ganz klar Binge-Watch. Also Binge-Watching, wer den Begriff nicht kennt, heißt so, dass man alle Folgen einer Serie oder Staffel am Stück guckt, beziehungsweise sehr viele Folgen einer Serie oder Staffel am Stück guckt. Es ist bei mir sogar so krass, dass ich bei Serien, die ich sehr mag und wo ich immer wissen will, wie es weitergeht eigentlich, auch wenn neue Folgen da sind, warte, bis die entsprechende Staffel beendet ist, bevor ich mir die ganze Staffel am Stück angucke. Und das ist für mich eine der krass positivsten Entwicklungen im Medienbereich der letzten Jahre, dass man die Möglichkeit dazu hat. Und dass es ja sogar einige Anbieter gibt, Netflix macht das ja zum Beispiel auch sehr häufig, die bewusst auf diese Art und Weise Serien releasen, also herausbringen und eben nicht mehr in diesem wöchentlich eine Folge und schon gar nicht wöchentlich eine Folge zu einer bestimmten Uhrzeit, sodass wenn du sie verpasst und nicht irgendwie aufgenommen hast, du einfach mal Pech gehabt hast. Also da ganz definitiv, ich bin immer froh, wenn ich irgendwas finde, was ich am Stück gucken kann und ich warte sogar bei neuen Staffeln, die herauskommen, bis die Staffel komplett ist, bevor ich mir sie angucke, was natürlich immer den Nachteil hat, dass es gelegentlich passiert, dass man gespoilert wird, bevor man die entsprechenden Folgen gesehen hat. Dieselverbot, ja oder nein? Muss ich dir ehrlich sagen, bin ich nicht kompetent genug, um das zu beantworten. Also ich habe da keine Ahnung, wie die aktuellen Entwicklungen sind. Ich weiß, geht es da überhaupt um Schadstoff oder geht es um CO2-Emissionen oder Feinstaub. Ich weiß gar nicht genau, worum es da geht. Was da der aktuelle Stand der Umwelttechnik ist und vor allen Dingen, was die damit verbundenen Nachteile wären, weil ich mich gut daran erinnern kann, dass es zumindest vor einigen Jahren so war, als der Dieselkraftstoff noch relativ billig war, dass Leute bewusst auf Diesel umgestiegen sind. Keine Ahnung, ob das noch so ist, aber früher war es zumindest mal so oder dass viel Fahrer Diesel gefahren sind und so weiter und so fort. Und ich mir halt schon vorstellen kann, dass man möglicherweise, wenn das schnell kommen sollte, für einen großen Wettbewerbsnachteil für Leute sorgen könnte. Also, Kurzantwort aber, bin ich nicht kompetent genug, um das zu beurteilen. Lieblings Bosskampf in World of Warcraft ever? Das ist eine gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage. Also, die größte Genugtuung, den Boss geschafft zu haben, war bei mir persönlich zumindest, glaube ich, Ulduar Mimiron. Einfach, weil das Ulduar eine geniale Instanz war und wir damals also auch relativ nah dran waren, die Achievements für den Protodrachen zu haben und Ulduar im Hard-Mode halt clear zu haben. Denn Jogsaron plus eins war nicht so extremst schwer, wenn ich mich recht erinnere, verglichen mit Firefighter. Vielleicht kommt es mir auch noch so vor, weil Firefighter so ein chaotischer Kampf war. Aber bei Spaßfaktor, glaube ich, ist der nicht so ganz weit vorne. Ich mag ja Patchwork-Bosse, aber Patchwork selber habe ich keinen Progress dran gemacht, von daher kann ich den jetzt nicht so unbedingt nennen. Balorock oder Bailrock noch aus den Feuerlanden. Da habe ich Heiler gespielt und er hatte so eine einzigartige Heilmechanik, dass ein Spieler einen Debuff bekommen hat. Dann musste man den heilen. Für jeden Heal, den man auf diesen Spieler gemacht hat, bekam man einen Buff, der gesteckt ist und den brauchte man, weil die Tanks, glaube ich, im Laufe der Zeit immer mehr HP bekommen haben des Kampfes und man dann immer mehr heilen musste und ohne diesen Buff zu haben, ging das nicht. Und da kann ich mich daran erinnern, dass das als Heiler so eine Millimeter und Global Cooldown präzise Aufgabe war, anfangs den Spieler so lange am Leben zu halten, dass man die kompletten Stacks für den Kampf bekommen hat. Das ging bei uns nur mit dem Shadow Priest. Und ja, dann eben den Boss zu besiegen, da hatte ich auf jeden Fall Spaß dran. Aber weiß ich, es gibt bestimmt noch viel mehr. Weiß ich sonst gerade nicht. Streamer oder YouTuber, die du gerne und regelmäßig guckst? Boah, lass mich überlegen. Ich glaube, es gibt nicht so extrem viele, weil ich ja meistens sage, dass anstatt YouTubern oder Streamern zuzugucken, ich in der Situation fast immer auch selber streamen könnte. Also beim Sport gucken ist das immer was anderes, wenn ich Fußball gucke oder so. Fußball gucken und dabei streamen ist jetzt nicht so was, aber wenn es einfach nur um das Zeit-Totschlagen geht, denke ich mir dann immer, also ich will nicht sagen, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, aber dann denke ich immer, das könntest du jetzt eigentlich auch selber machen. Zu den wenigen, die ich schaue, gehören Many a True Nerd. Ich habe die schon häufiger mal erwähnt, aber jetzt vielleicht mal zusammengefasst. Many a True Nerd, YouTuber, vor allen Dingen mit Fallout-Content. Dann Oxhorn, ebenfalls Fallout-Content. Preach, Preach Gaming, glaube ich, heißt der, weiß ich gar nicht, Preach Gaming oder so heißt der Channel, glaube ich. World of Warcraft-Spieler, der, glaube ich, auch streamt, aber seine Streams habe ich noch nahezu nie gesehen. Es gibt noch alle möglichen YouTube-Kanäle, auch wenn es so in Richtung Wissen und Bildung und so geht, wo ich immer wieder mal reingucke. Jetzt gibt es den einen, Tom Scott, heißt der, glaube ich. Aber der Kanal heißt, ich weiß nicht, ob der Kanal Tom Scott heißt, den ich ganz interessant fand und noch so ein paar andere Number-File zum Beispiel ist ein sehr interessanter, wo es so ein bisschen um Mathematik und Zahlen geht und so. Es gibt einige und viele davon fallen mir nicht ein. Zumal ich viele davon auch immer vergesse, dann den Kanälen zu folgen und mir es dann eher so geht, dass ich daran denke, oh, da gab es ja noch diesen Kanal, gucke dann ein Video und gucke irgendwie, keine Ahnung was, noch 20 andere davon. Wenn du in den USA leben würdest, wo und warum dort? Glaube ich, habe ich keine Präferenz, also keine große Präferenz, es wären vermutlich keine Großstädte, auch wenn ich sowas wie eine Wohnung am Central Park natürlich geil fände, aber die sind ja nicht so ganz günstig. Und ich glaube am ehesten irgendwo in so einer typischen Gegend, wo Horrorfilme stattfinden. Also so eine Gegend mit ein bisschen Wald, ein bisschen Natur, Kleinstadt, ein See in der Nähe oder so oder am Meer. So genau die Dinger, wo immer Horrorfilme stattfinden, sowas in der Richtung, glaube ich. Also keine Großstadt. Ich habe keinen besonderen Bezug zu irgendwelchen amerikanischen Großstädten. Also nicht in dem Sinne, dass ich sagen würde, die finde ich so toll, dass ich da gerne wohnen wollen würde, zumal ich noch nicht dort war. Du sagtest ja mal, du wärst hauptberuflich Sprecher. Wo findet man Arbeiten von dir beziehungsweise woran hast du mitgewirkt außer Alimania? Ja, das war ich. Das habe ich mal gemacht. Also zuletzt vor allen Dingen, da habe ich bei Pokerstrategy-Videos gesprochen und dementsprechend, wenn es die noch gibt, müssten die auch dort sein. Es waren halt vor allen Dingen Guides und Lehrvideos zum Thema Poker. Und es gab noch so Kleinigkeiten, so kleinere Aufträge für irgendwelche Werbung, also oft auch irgendwelche internen Videos, die von einer Firma genutzt werden für ihre eigenen Mitarbeiter oder so und solche Sachen in der Art. Also ich bin kein Voice-Over-Sprecher, also kein Synchronsprecher oder sowas in der Art. Und ich bin auch, habe ich neulich schon mal auch erwähnt, aber ich bin auch in keiner solchen Kartei drin. Also dass ich da regelmäßig auch bei Spielen oder sowas machen würde, das ist noch nicht vorgekommen bislang. Und noch eine Antwort, die länger ausfallen könnte. Wie stehst du zu den Theorien rund um die Pyramiden? Ancient Astronaut Theory. Bin bei weitem nicht für jede Verschwörungstheorie zu haben, aber das hat mich persönlich schon sehr gepackt und zum Grübel angeregt. Ist das so diese Erich von Däniken Nummer, dass irgendwie alles Mögliche, was wir alten, vergangenen Kulturen zuschreiben, mit Außerirdischen zu tun hätte? Weiß ich nicht, kenne ich zu wenig. Also ich kann ja nur, kann ich nur mal, ich kann nur mal sagen, was ich allgemein glaube. Ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Relikte von außerirdischen Lebensformen bei uns auf der Erde haben. Also zumindest nicht, wenn sie nicht zufällig, keine Ahnung was. Also ich rede jetzt nicht von irgendeinem Mineral, was in Spurenelementen mit irgendeinem Meteoriten runtergekommen ist, sondern von irgendwas, was aktiv von irgendeiner intelligenten Lebensform gebaut wurde. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass das in der Vergangenheit passiert ist und wir heutzutage davon irgendwas sehen oder finden. Und habe bisher auch noch keine, auch nur ansatzweise interessante Theorie gehört, die etwas anderes vermuten lassen würde. Aber wer weiß, vielleicht hast du ja eine ganz tolle neue Quelle und ich glaube nur nicht, dass das so ist. Ich glaube, das hätte ich schon mitbekommen, wenn es da irgendwas aus meiner Sicht Interessantes oder, sagen wir mal so, Glaubwürdiges geben würde. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Onkel Barlow. bis zum nächsten Mal. Ich danke euch,